Leberknügel Vierter Vierter V-Log Yo Ich hatte übrigens Besuch von Steffi Das ist mit Wachs mal Stift gemalt Das bedeutet, wenn ich hier irgendwann ausziehe Muss ich das doppelt und dreifach mit Farbe überstreichen Vielen Dank Bayern Aus Steffi Vielen Dank für die bayerischen Leberspätzle Und für die zwei bayerischen Lebertüten Und für die Weißwürste Mein Lieblingsgericht Natürlich nicht so geil wie die Weißwürste Ist folgendes Geschenk, was mir Süßi vor ein paar Wochen gemacht hat Ein Autogramm von Steffi Man darf den nur so aussprechen Genauso Yo, Jackman Dann habe ich mir in letzter Zeit ziemlich viele Zombie-Transvestiten geleistet Ein Softporno Weil Doug Jones als Statist einmal im Hintergrund vorbeigegangen ist Geil Hundertmal besser als Nummer 5 Obwohl Nummer 5 Der süßes Wall-E Lebt Stefanie Input Dags Ich liebe diesen Film The Newly-Dads Mit untoten Zombie-Tüten Untote Zombie-Tüten Und Das ist die beste Story der Welt Und Ein Softporno Richtig böse Leute gucken so Genauso wie Anakin Skywalker Das müsst ihr jetzt hören Ist jetzt Frishty, Original Frishty, an dem ich gerade arbeite In dem Song Oh, und, und ey, ne? Warner Bros. hat mir original geschrieben Ich lese mal eben die Mail vor Also das klingt sehr seriös Nein Letzten Worte Nein Nein E evangelical D D Die 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 Die